Willkommen zu FOKUS NEWS. Deutsch im Alltag, kurz DIMA, hat seit Anfang Mai eine neue Homepage. Der DIMA-Sprachverein unterrichtet auf Deutsch und Gebärdensprache für die Sprachförderung von hörbehinderten Menschen und fremdsprachigen Migranten. Im Unterricht wird Schreiben, Grammatik und mehr gelehrt. Ihre Homepage verfügt über viele Gebärdenvideos mit Informationen und Erklärungen. Die Homepage lautet www.dima-glz.ch Ein gehörloser Kosovare, wohnhaft in Wollishofen, mit dem Namen Tahir, hat zwischen den Jahren 2009 und 2010 13 Frauen überfallen und missbraucht. Er verfolgte die jungen Frauen oft bis nach Hause und missbrauchte sie. Er belästigte auch eine Rechtsanwältin. Seine Taten bestanden nicht nur aus Missbrauch, sondern auch aus Drohung mit einem Messer. Seit 15 Monaten ist Tahir in Haft. Der Gerichtsprozess verlief mit Gebärdensprachdolmetscher. Tahir sagte, dass er sich verbessern wolle und es ihm bewusst sei, dass er Fehler begangen habe. Bis jetzt erhielten seine Opfer keine Entschuldigung, da Tahir nicht wusste, wie er dies tun solle. Das Zürcher Bezirksgericht verurteilte ihn zu zweieinhalb Jahren Gefängnis. Zudem muss er wegen Persönlichkeitsstörung eine Therapie absolvieren. Vom 23. bis 25. September findet in Montrö ein spezieller Anlass statt. Der Schweizerische Gehörlosenkongress. Dieser Anlass wird bereits zum vierten Mal vom Schweizerischen Gehörlosenbund SGB FSS organisiert. Dieser Kongress findet im Dreijahresrhythmus statt. Im Jahr 2002 war es in Luzern, im 2005 in Winterthur, im 2008 in Logarno und dieses Jahr in Montrö. Ein dreitägiges Programm wartet auf die Besuche mit verschiedenen Referaten, auch aus dem Forschungsbereich. Der Zugang für Gehörlose und Hörende ist ermöglicht durch die Verdolmetschung in deutsch-, französischer und italienischer Gebärden und Lautsprache. Zusätzlich wird Cute Speech angeboten. Der Kongress wird in Zusammenarbeit von SGB FSS mit Sonos und SVEHK, der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder, durchgeführt. Für diesen Anlass gibt es eine eigene Homepage mit Gebärdenvideos. Der Link ist unten aufgeführt. Nach sechs Jahren Pause wird in der deutschen Hauptstadt Berlin wieder die Miss Death Germany durchgeführt. Interessierte können sich bei Miss Death Germany anmelden. Die Vorentscheidung bis zum Final dauert fünf Tage. Auf der Homepage wird informiert, was von den Kandidatinnen verlangt wird. Das Final findet am 24. September 2011 statt. Die Homepage dazu www.missdeathgermany.com Die European Union of the Deaf, EUD, stellt eine neue Mitarbeiterin vor. Die Holländerin Anna Mariecken van Kampen. Sie wurde zur neuen Science Speak Project Officer EUD ernannt. Sie konnte in Holland viele Erfahrungen im Gehörlosenwesen sammeln, zum Beispiel in den Bereichen Bildung und Erziehung, sowie auch als Trainerin und Expertin in holländischer Gebärdensprache. Die Arbeitsgruppe Science Speak Project Officer hat das Ziel, eine vernetzte, koordinierte Kommunikationsplattform des Gehörlosenwesens zu erstellen, für ein gleichwertiges Kommunikationsangebot der Gehörlosen und Hörenden. Das war's für Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.